Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier, weil wir noch schnell mal hier hergegangen sind und ich muss jetzt husten. Wir gehen jetzt von Rock Clowns West zu Crazy Earls Scrapyard. Unser Mäuschen ist krank. Und so ein Mäuschen redet im Hintergrund. Wurde wie im Schluss sauer und verprügelt gleich alles. Scrapyard entdeckt. Errungenschaft freigeschaltet. Ich glaube, sie hat gerade mehr oder weniger im Schlaf geredet und hat jetzt keine Ahnung mehr, was sie gesagt hat. Was hat sie denn gesagt? Das sind die blauen Upgrades, die habe ich alle schon. Dass sie denn blasen möchte? Nein, die habe ich nicht alle. Rocket fehlt mir noch. Und ich glaube Shotgun. Echt das? Ich glaube das schon. Alle? Ja, ich glaube bei Bierschenken. Wahrscheinlich die wichtigsten von deinen hast du schon. Ich habe übrigens die neue Pistole ausgerüstet und den Rest habe ich verkauft, weil ich fand die nicht so wirklich nützlich. Ich habe jetzt alle. Ja, ich nicht. Also, ich glaube ich kaufe auch gerne eher bei denen, die ich nicht so dringend brauche und dann später erst die größer werden. So, machen wir erstmal ganz den Scheiß. Weg freigeräumt. Oh, hier hab ich sogar Skax. Das ist übrigens meine neue Pistole. Die schießt extrem schnell, macht aber dafür gar keinen Schaden, aber hat Explosionsschaden drauf. Cash, ich habe ein Dingens Zeugs für dich, der für uns mehr Nahkampfschaden macht, glaube ich. Oh. Warte, warte, ich guck mal kurz nach. It's dead. It's dead. Tests no head anymore. Wer sagt Klassenmutter. Es hat zu sehen. Da liegt auch noch mal Leben, da hinten muss man holen. Da ist es noch mal. Nein, braucht nicht. Ich bin fast voll. Nee, willst du denn? Wir müssen zusammen. Rache, Rache, Rache Thanks Wir gucken was wir da freiräumen müssen und dann kommt was Böses weg Ladylike, richtig Ladylike Ja, muss so So, Weg freiräumen Wie viel Leben habt ihr eigentlich jetzt insgesamt? 460 460 809 Ja gut, mit Schild hab ich trotzdem noch mehr als du Mein Schild ist 483, wie viel Schild habt ihr? 503 Ah Ja, 209 Holy fucking Penis Ich hab 6 HP, ich hab 6 HP Gott, ist ihr fix Hier sieht beide grad nicht gut aus Ja, hier liegt übrigens auch noch Leben Geh, du brauchst auch Leben übrigens Ja, ich weiß, aber meins regeneriert sich ganz okay Ja, hier ist ein Säure, ach ein Säure Artifakt für mich Wow, kann ich das auch noch finden, ich hab doch schon eins Ich hab auch Kirches Brandartifakt nochmal gefunden Okay Ich behalte es jetzt einfach Ähm Ja, wo ist es zu viel, ist zu wenig, oh die Schatten Wo müssen wir eigentlich hin? Keine Ahnung, keine Ahnung Wir müssen, wir müssen da links Oh Das ist hier momentan unsere einzige Quest Und vielleicht sagen, wir machen die auch mal Moment mal, Moment mal, hä? Abliefern Wir müssen Was jetzt? Wir müssen wieder zurück nach New Haven Wahrscheinlich Nein, wir müssen hier hin Wenn ich jetzt Old Haven sage, dann nur weil ich verwirrt bin Rechen, hier Moin Was denn ist dieser Hexe? Was denn ist dieser Hexe? Ist das für ein Kopf? Willst du, Moment mal Oh mein Gott Der kommt mir bekannt? Hallo Hitler Ja, ich weiß woher Hitler, warum, das ist nur ein Hitler-Kopf da drin Ähm, noch in meinen Sauschel oder dann Okay, GG Haben wir gern gemacht Äh, das ist mein Gebiet Banditen getötet, ist beide eins getötet Das kriegen wir hin Hochexplosiv Beschaffet, äh Crazy Hör zu Ich sag rein gar nichts Bis du diese ganzen Mistfeger los bist Ja, ja, Hitler Ich hab das mit dem Doppel gekriegt Die sind wieder gespawnt Ja, wahrscheinlich, weil sie die töten müssen Oh mein Gott Nice Wer hat da draufgeschossen? Ich nicht Ich hab auf eins der Viecher geschossen Äh, Freddy, ihr sterbt Nur wenn, also du würdest nur sterben, wenn du draufgeschossen hast Könnte mir eventuell auch einer, äh, raufhelfen Ich hab aber nicht draufgeschossen Ach, das stimmt Äh, danke schön Ich bin, wahrscheinlich war es dann Spider-Hand oder sowas da angekommen Das kann sein Auf jeden Fall, Kirsch und ich stehen in den Festland, auf einmal explodieren wir beide Ja, dachte ich war so auch so Ich meine, sonst hätten wir jeweils einer auf einen Fass schießen müssen Ja Äh, äh, die C-Ladung, die machen wir Ich gucke erstmal Gott, Alter, dass man nicht irgendwie schnell auf Quests gehen kann Das ist mein Gebiet Es wäre mir aufgefallen, dass der einen riesigen Kopf hat Ich mach was, dass der einen riesigen Kopf hat Was? Crazy Earl Ja, der, 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 der sieht wirklich, das ist einfach nur ein riesiger Kopf Ist doch geil Riesiger Hitler-Kopf Freddy und ich wissen schon, woher wir gehen können Ich weiß nicht, ob der das ist, aber, äh Er sieht so aus Aber jeder hinter der Tür sieht so aus Äh, hier liegen zwei Shotguns Mal gucken, wie gut die sind Nee, eine Shotgun, nur die andere ist, ne SMG Ne beschissene, äh, ne LMG, ne beschissene Oh, ii Beide nicht gut Ach ja, stimmt, ich wollte ja ein Zitat reinkicken So geil, so geil Wer das verstanden hat, ist gut Und eventuell, wird eventuell später im Zitat reinkommen Oh, fuck Isar, Pisser, ich hab vergessen, dass ich ne Ulti hab Warum zum Beispiel bin ich gestorben Oh, mein Sniper Raffel Candice in Level 10 Äh, ich kann euch grad nicht helfen, ich bin grad runtergefallen Oh, okay, ich chill hier nur und verrecken bisschen Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich glaub an euch Den könnte ich vielleicht nicht noch kriegen Ach, schnell, dann hilft mir Lach, 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 Lach Fuck, Alter War das ne Puh Ah, was hat funktioniert Ich hab auch keine Ahnung, warum ich gestorben bin Ähm, der Gott, schon wie er nicht geschafft Wegen dem totalen Krieg Ist das so, auf und zu versuchen Ich weiß nicht Bist du ein Überlebender des Holocausts? Eigentlich nicht Dann weiß ich auch nicht Ähm, wieso steh ich hier oben, ich soll da unten sein Ich soll vor Ort kämpfen Und nicht so weit runter springen Sniper, die Gar nicht so okay Na, die ist ja, sie ist okay Es gibt Falschaden Es gibt Falschaden Es gibt Falschaden Oh Hab keinen realisiert Ja, es gibt nicht viel Falschaden, aber es gibt vielleicht nur so Borderlands, äh Einfach direkt rüberspringen Alter, ich drück' gerade auf App, um mein Ulti auszulösen Dieser Pesser Oh, jetzt bist du Oh, jetzt bist du Ja, hier ist noch eine Rakete mit 300 Schaden, das ist nicht viel, oder? Nein, ich bin jetzt nicht Ja, 449 oder so Ja Fuck, ich brauch' neue Kopfhörer, Alter, dann hätt' ich auch ein längeres Kabel Hier, du bringst ne Mediampulle noch, ne? Könntest du brauchen Ja, du aber auch Ja, ich hab' mir schon eine genommen Die bringen immer fast nicht, das ist richtig schlimm Ja, ist ja auch nur leichter, nur Was ist denn mit der Musik los? Plötzlich ist die Musik voll laut Also, jetzt nicht zu laut, aber Mach mir auch ziemlich Kopfschmerzen, oder? Halt's Maulmusik Auch die Mäuschen Kopfschmerzen zu machen Sonst kriegen wir keinen Sex Ich wollte grad' sagen Ach ne, ich hab's heut' nicht, ich hab' Kopfschmerzen Ach man Ich hab' mich gerinnen, ich hab' Kopfschmerzen, ich hab' mal einen Tage, ich muss jetzt schlafen gehen Ja, dafür gibt's Kaupeln Ähm Das sieht nicht gut aus Was legt der schon wieder so rum? Das ist nicht meine Schuld Wahrscheinlich schon, aber Das ist nicht meine Schuld Der Knull hat die Schauksgeck ist schon ein bisschen schnell Hab' grad noch meine Zettel aufgemacht, hol sie jetzt an Da geht die Scheiße aus, ey, guck mal was Das ist aber echt den anderen kaputtmach und der ist schlimmer Ich versagt ihm, dass ich nicht beidahauen kann Ja, dann kann ich mich hier oben festbarge Nice Ich hab' damit draufgeschossen, aber ich wollte nicht Ne, ein Schock-Artefakt für mich Was ich schon hab' Das hatte ich noch nicht, nein, ich hab' schon mal ein Schock-Artefakt jetzt So, dann wissen wir mal, äh Schock-Auswahl von unserem Drecksvieh Alter, wisst ihr eigentlich, wie scheiße das wär' Wenn man sich über TS oder Skype oder sowas anstecken könnte? Ist ja voll geil Richtig geil Dann wär' die ganze Welt krank Stell' mal vor, man könnte sich über Cybersex mit Aids anstecken Äh Okay, machen wir erstmal das in mein Gebiet fertig Wir müssen ja eigentlich nur Banditen töten Also das ist ja eigentlich so eine globale Aufgabe Wieso dein Gebiet? Wie die Quest mein Gebiet heißt So Nicht mein Kampf Ne, den hab' ich aber auf dem Rechner, falls jemand da haben möchte Ja Ist ja ziemlich lustig, wenn die Quest mein Kampf heißen würde Ja, schon Ist ja völlig depisch Oder my fight Wenigstens Okay, wenn ich hier stehe, sehe ich die beiden Fässer da Wenn ich nach hier gehe, die spawnen sie Coole Sache Wir müssen sie trotzdem noch auslösen Nein, immerhin Dann hat zwei Leute getötet Was? Dieser Piss Also in Borderlands 2 Ist der Zwerg So die Hälfte von Kirschis Klasse Weil Kirschi Mach gut Schaden mit Shotguns Und kann Nahkampf machen Wenn ich mit nem Zwerg Nahkampf mache, hat das immer nichts gebracht Die Sirene ist in Borderlands 1 so Ein Viertel von deinem Von deinem Nahkämpfer aus Borderlands 2 Ja Ist echt schon schlimm Schieß die Scheiße aus dir raus Ne, lass ihn bitte drinnen Ja, doch stimmt Das wäre recht unhygienisch Hast recht Ich bin ja auch kein Fan von Natur-Sektspielchen Bukake? Auch ne, doch Nichts was anderes Ja Ja, aber auch schon ziemlich ekleft Oh mein Gott Okay Soll ich mit mir los ist Die Scheiße aus den Pissern da raus Dein Kopf ist weg Zwei schlechte Snipers Äh Ah, das haben wir geschafft, gut Jetzt müssen wir das Lass da machen Hä, unten rechts? Oben rechts war bei mir grad ne Einblendung Von irgend so ner Scheiß Gruppe in der ich bin Ne, sieht man wahrscheinlich nicht Weiß gar nicht wo ich auch bin Ach doch, ist Steam, ja gut, sieht man Ja Steam Overlay blendet sich mit Gewalt ein Nun kann ich nicht so durch Gruppeneinladung so'n Scheiß Äh, ich sollte meine Gruppen mal alle rausquetten, ne? Wenn du sie nicht mehr haben möchtest Wenn du sie nicht mehr haben möchtest Ich glaub ich bin in einer einzigen Warum möchte ich unbedingt Ich bin zwei und in dem wird nichts gepostet Da hinten ist was böses, Korshei Hinter dir ist was ganz böses Korshei Was? Mach Ulti an und verprügel ihn Hilfe Hilfe Oh, oh ist ja ein Cutie Cutie Pie Äh, jetzt gehen wir doch auf die Fresse Cutie Pie? Ja, ist das Thema oder, äh, 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 ChilliPies Freundin Ich wollt grad sagen, CutiePies, CutiePies Freundin Ja, aber es gibt auch einen, äh, Streamer, der heißt CutiePie, also QT und dann Pie Ich weiß nicht, wie soll ich es so genannt hat, aber Der ist auch, ähm, ja keine Ahnung, er spielt ganz gut, lol, aber ist nicht wirklich interessant Äh, C-Ladon, äh, C-Ladon platziert Wer, wer hat die C-Ladon aufgesammelt? C-Ladon? Ich glaube, ich war es Wo war die? Ähm Eben in so einem Haus In was für einer Zeit spielt das Spiel, dass es keine C-4 Ladung ist, sondern noch eine C-Ladung Nicht mal C-1, sondern C Für C-4 hätten sie Rechte kaufen müssen Ja, ist mir wurscht Wie Leona, ja, ja, wissen wir Ich hättest du gesagt, wurscht wie Regensburger Auch ne Wurscht-Sorte Auch ne Wurscht-Sorte Braunschweiger Ist auch ne Wurscht-Sorte Braunschweiger ist Streichmitt Richtig leckeres Streichmitt Da oben ist das Böse Wieso wird die Braunschweiger bei euch genannt, bei uns nicht? Sonst ist einfach eine Streichmittwurst Ja man, es gibt 10.000 verschiedene Streichmittwürste Der hat Markiertenwerfer, der hat Markiertenwerfer Ja, nee, ich geh mal rein Ich bin doch auch schon Oh mein Gott, er kippt mich weg Drügel die Scheiße aus Du kleiner Pisser Knallhauser Schlägers down Glauben sich erlauben zu dürfen Danke Freddy Du warst Hast du ihm gerade einen schönen Headshot gegeben Ich hab den da oben getötet Ja genau, neben dem stand ich Ah, sorry Okay, platzieren wir die Zähler da Ich hab mich fast gelaufen Die muss ich nochmal angucken Er wollte nochmal die Explosion spüren In seinem Anus drin Ja, ich hab sie Die ist ein 400er Raketenwerfer Aber der ist glaub ich auch schlechter als Steiner Ja 34 hat der Ja, ist schlecht, ja Meine Arschbacken haben richtig schön gewackelt Da bei der Explosion Richtig angenehm Was war das für die Waffe? Ähm Was ist die Waffe? LMG, das ist nämlich gute Wir sind zwei auf dem Kisten, nice Oh, die ist nice Äh Ne Wilde sind ordentlich Klassenmord für mich Was bringt der? Plünderer 15 Plünderer 2 Team Bonus, Diebstahl Bonus Was macht meiner gerade? Oh, die hat nur 6 Schuss Soll ich lieber machen, dass wir mehr Loot bekommen Oder dass wir besser zielen? Ist mir egal Ja Ja Ich glaub wieder abgeben Abgehen, sagst du? Abgehen? Ja Ich glaub wieder abgeben Abgehen? Abgehen Abgehen, you meh Abgehen, you meh Abgehen, so wenn er so gescheit hier so war mit dem Monster Boah, schießt die Waffe scheiße Boah, schießt die Waffe scheiße Boah, schießt die Waffe scheiße Powder So wie aus Hauhai Mh mh Ist ein österreichisches Wort für Ficken Okay Ja Ficken ist ein Getränk, das soll gar nicht mal so geil schmecken Ja, das hab ich auch schon gesehen im Rewe, aber das hab ich mir nicht gekauft Flaschen mit Fuse Nice Ex Cash ist nun Level 6 Ein Schluck gegen den Kater Wir haben das Gebiet abgeschlossen übrigens Oh, cool Bin leveled Ich auch Mal hier Ja, ich hab da noch was gehört Ich hab da oben nicht Moment was Hä Von wo sind wir grad gekommen? Ich hab bisschen verwirrt Hast du, ich hab mal 2S gewonnen Nein, mal Dahin sind wir gleich als erstes angegangen und dann sind wir Ach, stimmt Gott, wir haben und wir im Gastes Gebiet in ein Part geklärt Nice Und jetzt war nur ein kleines Gebiet, ich glaube wir müssen nochmal zurück Hatte zwei Skill-Punkte, die ich nicht vergeben hab Hab gerade mal kurz ein bisschen reingepudert Ich auch Ich hab auch ein bisschen reingefickt In den eigenen Körper Als Synonyme für Grasrauchen, also sowas, hab ich mal gesehen Auf seiner Seite stand ein Wichsen Was? Hab ich glaube ich auch mal gelesen Und ich hab mir gedacht Ein Wichsen ist was anderes Ich kenn nur Fumufumu Ja Fumufumu ist einfach Gott Das ist wirklich Was zum Teufel Fumufumu Erstmal Fumufumu Morgens, Mittags, Abends, Nachts, Einführer Ja, das ist, alter was das Alter Fumufumu, super Das ist, was das für ein Fumufumu? Fumufumu? Es ist Fumufumu Ja, danke Witteschön Moin Witteschön Äh Lass mich mal eine neue Wache testen Was ist mit diesen Pissern los? Sie glauben die das Recht zu haben überhaupt doch nur zu existieren Boah, sieh netz Er steht im Wasser, das ist schon okay Ich hab irgendwas aufgesammelt Weiß noch nicht was Nichts wichtiges Flüchtet einer Äh, das komische an Verstufen ist, dass jeder kaufen muss, aber niemand verkauft werden will Nicht jeder hat ein Händchen fürs Verkauf Du zum Beispiel Du akzeptierst immer den ersten Preis Versuch's nicht mal zu feischen Wenn du die Kammer finnest Brauchst du einen Partner, der sich mit dem Verkauf auskennt Einen Partner wie mich Okay Oh, oh, oh Ähm Kommt ihr jetzt eigentlich noch, oder? Wir haben ja Kampf Ja, wir sind grad ein bisschen am Klosen von Hurensohn Das ist grad UNSER Kampf Wir haben nur Witz aus dem Moten Soll ich ihnen helfen kommen, oder schafft ihr es? Schaffen wir Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg, dann Ich will nochmal das neue Gewicht hersehen, wo wir jetzt hin müssen Höh Er kriegt mehr Kugeln in den Körper als eine Frau durch einer Analkette Wo kommt das immer her? Kichelt immer schlecht Ja, ich weiß Wo kommt der immer her? Mir wurde auch grad ein bisschen schlecht Gut so Oh, nob, nob, nob Genau das soll ich bewirken Genau das soll ich bewirken Tschüss Hatten wir? Ja Warum seid ihr einfach mit dem Auto gefahren? Möglich Weil wir nicht wussten, wo das Auto ist Ja Pasha ist zu uns zwei Meter längs gewesen nach dem Ausgang Ah, gut zu wissen Fürs nächste Mal Ach du Scheiße Ich mach's so gut wie keinen Shard Cache, mach was Ja, ich komme Wir haben übrigens mal 30 Sekunden Zeit Ah, oh mein Gott Wie ist das soll? Dieses Pitsviech her Ich hab' einfach überfahren als sie mich angegriffen haben Oh Judy Gewinn aufs Maul hier in Pisse 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 Also nur zur Feststellung Du willst, dass das Schock-Artefakt ausgerüstert ist Nein, das Säure-Artefakt ausgerüstert ist Der Timer klingelt Danke Ja Wir sagen, wir klingeln hier noch das Gebiet Ja, ich bin hier grad noch am Prügeln Weil du kannst, äh, du kannst auswählen, was deine Ulti für einen Extra-Schaden machen soll, übrigens Achso Kann sein Also wollte ich nur fragen, ob du Säure-Schaden haben wolltest Äh, ist nichts dagegen einzuwenden, Säure-Schaden ist cool Weil Extra-Tune ist auch ganz nice Ja, stimmt Also, ist nur so, ich wollt's dir nur sagen Gute Infos Das sind nämlich die Artefakte, die wir immer aufsammeln Ich glaub, ich hab alle Artefakte oder so Ja, du musst aber eins aktivieren Das kannst du gucken, bei deinem Skill-Tree Äh, da oben in der Ecke ist so ein oben links so ein Dingster, so ein Rauter Oh, ein Alkohol Okay So Leute, dann würd ich sagen Ich beende, äh, oder wir beenden hier in dieser Stelle den Part Okay, beende mal, ich bin mit dem Kampf Oh Achso Ah, stimmt, da wird ja nicht richtig gemacht Wollen wir helfen? Sollts wir vielleicht mal tun, ja Wer eine Möglichkeit Ja, ja, dann könnt ihr eventuell ein bisschen Hilfe brauchen Also, ruhig sagen, wenn du so noch am Kämpfen bist Hab ich doch gerade Oh, meine Fresse, Alter Ja 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 Äh, Jägerskin Gen Fügt Säure Schaden hinzu hast du schon Okay Eridia 0,001? Feuertefakt Na Schon wieder Seid mal Äh, das Säureteil, äh, zeig mir mal das, weil Mainz heißt nicht so Okay, Moment Da ist es Das heißt bei mir auch nicht, äh, 0,001 Achso Dann habe ich das glaube ich schon Ah, doch heißt es bei mir auch Aber, weil Also, du hast gerade aufgekommen, anstatt die Redien 0,001 Und dachte ich, es wäre ein anderes Aber es ist genauso, was ich schon mit habe So, dann würde ich sagen, wir werden jetzt den Part, oder? Ja, würde ich auch sagen Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao Tschüss Tschüss Tschüss